hallo meine lieben willkommen zurück zu einem neuen video wie versprochen möchte ich euch heute diese kleinen glückswürmchen sorgenwürmchen blütenwürmchen zeigen wie man dazu auch sagen möchte für anfänger war das kurzvideo nicht ganz so verständlich und deswegen mache ich es heute noch mal etwas ausführlicher und wünsche euch ganz viel spaß dabei da unsere würmchen aus blüten und holzperlen bestehen brauchen wir hier nichts weiter außer baumwollgarn für nadelstärke 2,5 bis 3,5 ich nehme wieder so ein fliederton ihr könnt jede andere farbe dafür benutzen ihr könnt ihr auch verschiedenen farbig machen alles euch selbst überlassen eine passende häkelnadel ich nehme eine 2,5 war natürlich eine vernähnadel und eine schere und verschiedene größen perlen hier sind schon verschiedene größen vorgepackt es sind 15 mm 12 mm 10 mm 8 mm also verschiedene größen und für den kopf die sind hier nicht mit drin habe ich eine 20 mm holzperle ich verlinke euch das alle und alles unter dem video und wir legen los für unser blütenwürmchen brauchen wir fünf blüten die können einfarbig sein mehrfarbig wie ihr möchtet und die häkeln wir so wie ich das jetzt zeige und zwar beginnen wir mit einem fadenring das offene ende zeigt nach oben der faden wird durchgeholt und alles mit einer luftmasche verschlossen ihr könnt alternativ auch sechs luftmaschen häkeln die zu einem kreis schließen und dann so wie jetzt weiter arbeiten also wir haben den fadenring fertig und arbeiten in diesen fadenring sechs feste maschen 1 2 3 4 5 und 6 ziehen den fadenring zusammen und schließen das ganze mit einer kettmasche in die erste dieser sechs festen maschen 1 2 3 4 5 6 in die erste wird eine kettmasche gehäkelt und der ganze der ganze ring verschlossen so sieht das jetzt aus hätte man schon ein bisschen fester ziehen dass man nicht auf die idee kommt da noch mal einzuarbeiten jetzt denken wir zwei luftmaschen und in die gleiche masche in die wir soeben die kettmasche gemacht haben kommt jetzt ein stäbchen noch mal zwei luftmaschen und noch mal in die gleiche masche wo die kettmasche und das stäbchen reingekommen sind kommt jetzt noch mal eine kettmasche so das erste blütenblatt ist fertig wir nehmen uns die nächste der sechs festen maschen die wir vorhin gehäkelt haben also in die nächste einstechen eine kettmasche zwei luftmaschen und ein stäbchen in die gleiche feste masche entschuldigung also ein stäbchen wieder zwei luftmaschen 12 und noch mal in die gleiche masche eine kettmasche wir arbeiten also dreimal in die gleiche feste masche ich zeige es noch mal die nächste feste masche noch ein bisschen größer so also in die nächste feste masche eine kettmasche zwei luftmaschen und in die gleiche masche kommt ein stäbchen zwei luftmaschen und noch mal eine kettmasche in die gleiche masche jetzt haben wir schon drei der festen maschen behäkelt die vierte feste masche aus dem fadenring eine kettmasche zwei luftmaschen ein stäbchen in die gleiche masche zwei luftmaschen und noch mal in die gleiche masche die kettmasche zwei luftmaschen ein stäbchen in die gleiche masche zwei luftmaschen und noch mal in die gleiche masche und das letzte blütenblatt das was hier noch ein bisschen zu sehen ist das ist die kettmasche aus dem anfang wo wir den ring oder den kreis geschlossen haben die wird nicht mit behäkelt wir haben sechs blütenblätter und der faden kann auch ab lang genug um ihn bequem zu vernähen und dann kann er auch durchgezogen werden jetzt wird dieser endfaden erstmal vernäht das geht ganz einfach hier durch die stäbchen der blütenblätter einfach durch zwei oder drei blütenblätter durch sechs gleich ruhig durch bin einfach durch und dann kann er auch schon ab und jetzt müssen wir nur noch den anfang faden vernähen da lasse ich das loch etwas größer ziehe also nicht zu fest zusammen dann kommt man nachher bequemer durch so dass weiter ziehe ich es nicht zusammen und vernähe jetzt auch diesen faden also den anfangs faden verstecke ich hier einfach unter den festen maschen aus dem faden ring und dann ist auch der verschwunden gesagt das löchel nicht ganz so fest ziehen da kann ruhig eine lücke bleiben auch dieser faden kann ab und nach diesem muster werden jetzt noch vier weitere kleine blüten gehäkelt und dann können wir uns auch schon die perlen zurecht legen und mit dem zusammenbau des kleinen würmchen beginnen wenn wir jetzt die fünf blüten fertig vorbereitet haben also fünf kegel blüten legen wir uns alles zurecht ich habe hier die verschiedenen perlen mal aufgereiht damit man das besser erkennen kann hier sind die ganz klein die sind etwa fünf millimeter groß größer sind die nicht dann acht millimeter zehn zwölf 15 circa und eine 20 millimeter kugel und hier nochmal zur sicherung oben eine ganz kleine wie gesagt ich verlinke euch die perlen unten oder ihr nehmt das was ihr habt ob die jetzt ein zwei millimeter größer sind ich finde es schön wenn die nach hinten kleiner werden also das ist vielleicht so ein bisschen zu beachten so und dann brauchen wir noch einen vorbereiteten faden den man direkt auf die nadel zieht und der sollte so lang sein dass er ganz bequem durch die perlen passt hier oben noch eine schlaufe bildet und unten noch verknotet werden kann also etwa 30 zentimeter so aufgefädelt guckt einfach dass es ganz bequem durch alles durch passt und dann kann es auch schon losgehen mit dem auffädeln dafür ziehe ich mir den faden aber erst noch mal so weil der es wird einmal hin und einmal zurück gefädelt ich fange hier hinten an mit der ganz kleinen und der nächsten größe zieht es auf den faden als nächstes die erste blüte und die nächste perle wieder eine blüte und die nächste perle wieder eine blüte wieder eine blüte die nächste perle eine blüte die große eine blüte die letzte in dem fall und noch mal eine ganz kleine perle so sind die jetzt aufgereiht und jetzt geht es durch alles wieder zurück den faden jetzt ein bisschen hoch gezogen durch alles noch mal zurück durch alle blüten durch alle kugeln aber aufpassen dass hier hinten die schlaufe nicht durch gezogen wird die soll ja zur aufhängung dienen hier gehe ich durch alle noch mal einmal durch die nadel kann ab jetzt könnt ihr euch das so ausrichten und entscheiden wie lang eure schlaufe bleiben soll aber hier kommt jetzt auch noch ein knoten rein also ich mache hier in den in die schlaufe über dem kopf mache ich jetzt noch mal einen knoten damit die kugeln nicht nach oben alle wieder abhauen und das ganze ein bisschen gesichert ist mit der nadel kann ich so ein bisschen gucken wie hoch ich den knoten haben möchte so und hier unten aufpassen dass nicht wieder raus rutschen da oben ist es jetzt schon gesichert ich habe hier meinen knoten drin und hier unten kommt das jetzt ebenfalls hier mache ich zwei bis drei knoten so dass er groß genug ist dass die holzperle nicht wie aber nicht zu fest ziehen das muss ich noch dazu sagen wenn ihr das jetzt zu fest sieht hat das würmchen kein spiel mehr also darauf achten dass das noch ein bisschen spielraum hat und dann den knoten machen so 12 und ich mache noch einen dritten schneid die überschüssigen fäden hier ab und was ich jetzt noch mache damit ich hier auch wirklich sicher bin ich mache mir hier einfach ein tropfen kleber obendrauf so bleibt der knoten zu und ich kann nichts mehr passieren das könnt ihr hier oben auch machen so dass würmchen ist soweit fertig und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein gesicht ich tupfe mit einem stift die augen drauf ich tupfe deshalb weil sonst die farbe hier verläuft auf dem holz man kann das umgehen indem man die holzkugeln mit klarlack etwas vor lackiert da spar ich mir und tupfe stück für stück mir hier die augen drauf und so verläuft es nicht ganz in diesem holz so und auch den mund und fertig ist so ihr seht es ist gar nicht so schwer hier wie die augen etwas größer gemacht es ist gar nicht so schwer diese kleinen blüten würmchen herzustellen und ich hoffe ich habe es euch jetzt ganz gut erklären können auch anfänger kommen hoffentlich jetzt damit zurecht also das war mir jetzt auch wichtig und wünsche euch ganz viel spaß beim häkeln ich freue mich schon auf eure fotos mit den verschiedenen würmchen in farbig einfarbig groß klein ich freue mich drauf also ganz viel spaß und bis zum nächsten mal